wir wollen jetzt erstmal weiter hier die quest machen ich muss jetzt mit dem anführer des feldteams reden okay machen wir es da bist du ja vierten und fünften aufgeteilt um die suche nach die uhr der wald die quest oder expedition werden wir gleich im uralten wald suchen gehen müssen wir die spuren und befinden frage ist ob er denn jeden einzelnen auf besiegen müssen und ja 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 jetzt einfach los ich habe verweisen nicht ausdrüsten Vielen Dank. Wer ist denn doch mal lieber? Wer ist denn das? 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 hier ist eine blaue spur hier geht doch ich glaube da sind genug hinweise zum drachen ältesten im wald berichten wir der ökologischen forschungsgruppe leistet hat schon erreicht und die dinger fix anscheinend muss man da wirklich den wald aber ich habe so viele question machte ich habe nebenbei die schon alle gesucht unbekannt also gibt es jetzt wahrscheinlich noch drei monster die sind doch unbekannt zu krillorien in der gigante bezebub den schwarzen diablos in den azublauen rathalos und rosa rathian sind die halt jetzt noch dazu gekommen der name des drachen ältesten ist kusala daora genau das sturm unwetter daran beherrscht eine weiter wie geländer bestimmt der alten welt gehört oder sie selbst gesehen wenn einer hier in der neuen welt leben müssen wir ihn studieren wir müssen einfach hier krass krass